Wilhelm Vogt hatte sein Leben lang Probleme mit dem Gesetz. Schon mit 14 wurde er wegen Gippstahls zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt. Zwischen 1864 und 91 wurde er viermal wegen Gippstahls und zweimal wegen Urkundenfälschung verurteilt und verbrachte viele Jahre im Gefängnis. Auch polizeiliche Aufenthaltsverbote für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin sowie für den Großraum Berlin prägten sein Leben. Bis er zum Hauptmann von Köpenick wurde. Alles dazu nach dem Intro. Für seinen Coup hatte sich Vogt aus bei verschiedenen Händlern erworbenen Teilen die Uniform eines Hauptmanns zusammengestellt. In dieser Verkleidung hielt er auf der Straße einen Trupp Gardefusiliere an, ließ noch einen zweiten Trupp abgelöster Wachsoldaten herbeirufen und unterstellte zehn oder elf Mann unter Hinweis auf eine nicht existierende Kabinettsorder, auf allerhöchsten Befehl seinem Kommando. Mit ihnen fuhr er vom Bahnhof Putlitzstraße in der Berliner Stadtbahn nach Friedrichshagen, nur um die rund acht Kilometer zurück zum Bahnhof Köpenick im Fußmarsch zurückzulegen. Nach der Ankunft in Köpenick übergab er jedem Soldaten eine Mark und ließ sie auf dem Bahnhof zu Mittag essen. Anschließend erklärte er ihnen, er werde den Bürgermeister und vielleicht noch andere Herren verhaften. Sie marschierten dann zum Rathaus der damals noch selbstständigen Stadt. Mit seiner Truppe besetzte Vogt das Gebäude, ließ alle Ausgänge abriegeln und untersagte den Beamten und Besuchern im Hause jeglichen Verkehr auf den Fluren. So dann verhaftete er, im Namen seiner Majestät Oberstadtsekretär Rosenkranz und Bürgermeister Georg Langerhans, ließ sie in ihren Dienstzimmern festsetzen und bewachen. Im Rathaus anwesenden Beamten der Gendarmerie gab er den Befehl, die Umgebung abzusperren und für Ruhe und Ordnung zu sorgen, wobei er sich zur besseren Orientierung sogar eigens einen Gendarmen abstellen ließ. Dem Chef der örtlichen Polizei gewährte er Urlaub, worauf dieser sein Büro im Rathaus verließ und nach Hause ging, um ein Bad zu nehmen. Den Kassenrendanten von Wildberg wies er an, einen Rechnungsabschluss zu machen und erklärte ihm, den Bestand der Stadtkasse beschlagnahmen zu müssen. Nachdem das Geld, das in Teilen beim örtlichen Postamt abgehoben und herbeigeholt werden musste, abgezählt war, ließ er sich Beutel bringen, in die er es mit Hilfe des Rendanten, der die Beutel hielt und anschließend versiegelte, einfüllte. Der beschlagnahmte Barbestand belief sich auf 3.557 Mark und 45 Pfennige, nach heutigem Wert etwa 25.000 Euro. Schließlich ließ der falsche Hauptmann den Bürgermeister und den Rendanten von Wildberg in gemieteten Droschken unter militärischer Bewachung durch einen Gardefusilier sowie einen von ihm angewiesenen Schutzmann der städtischen Polizei zur neuen Wache nach Berlin bringen, nachdem er den Gefangenen das Ehrenwort abgenommen hatte, keinen Fluchtversuch zu unternehmen. Nach Beendigung seiner Aktion gab der Hauptmann von Köpenick seiner Truppe den Befehl, das Rathaus noch eine halbe Stunde besetzt zu halten. Er selbst begab sich unter den Augen einer neugierigen Menschenmenge zurück zum Bahnhof. Zehn Tage später wurde er beim Frühstück verhaftet, nachdem sein ehemaliger Zellengenosse Kallenberg, der von Weuchtsplänen wusste, der Polizei in Erwartung der hohen Belohnung von 3.000 Mark, einen Tipp gegeben hatte. Vom Landgericht in Berlin wegen unbefugten Tragens einer Uniform, des Vergehens wieder die öffentliche Ordnung, der Freiheitsberaubung, des Betruges und der schweren Urkundenfälschung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, wurde er von Kaiser Wilhelm II. begnadigt und am 16. August 1908 vorzeitig aus der Haftanstalt Tegel entlassen. Über das Motiv des Überfalls gibt es widersprüchliche Angaben. Während Vogt selbst vor Gericht, in seiner Autobiografie und auch bei seinen späteren Auftritten stets behauptete, er habe das Geld nur verwahren und eigentlich einen Auslandspass erbeuten wollen, vermutet sein Biograf Winfried Löschborg, tatsächlich sei es Vogt um 2 Millionen Mark, heute, rund 13,9 Millionen Euro, gegangen, von denen er gehört hatte, das sie im Köpenicker Rathaus im Panzerschrank lägen. Eine Berühmtheit, aber trotzdem nur ein Gauner und Betrüger. Jedenfalls ist er es wert in der Scam-History erwähnt zu werden. Ich hoffe nun das Video hat dir gefallen und würde mich über ein Like und ein kostenloses Abo mit Glocke freuen und sage Servus bis zum nächsten Video.